Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Ein Interview. Dein persönlicher Gefühlssumpf und wie du zum Münchhausen wirst. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Heute möchte ich dir ein Modell zeigen. Ein Modell, wie du deine Gefühle bewusst beeinflussen kannst. Wie du vielleicht weißt, entstehen deine Gefühle in deinem limbischen System und erzeugen ganz häufig Bilder in deinem Kopf. Und diese Bilder, die sind ein Schlüssel. Um deine Gefühle in Bahnen zu lenken, wie du sie haben willst. Das geht allerdings erst, wenn du akzeptierst, dass deine Gefühle gerade da sind. Außerdem solltest du dir klar machen, dass deine Sichtweise, dein Weltbild maßgeblich deine Gefühlslage bestimmt. Du brauchst deine Entscheidung, dass du alles oder das störende von dir erlernte Wissen neu oder umdenken willst. Und dann solltest du das auch tun. Das ergibt logischerweise eine veränderte Sicht auf die Welt, auf die Situation und führt dann natürlich auch zu anderen Gefühlen. Da das sehr wichtig ist, sage ich es noch einmal. Deine Gefühle werden durch deine Sichtweise, deine Bewertung und Einstellung bestimmt. Möchtest du sie ändern, ändere deine gefühlsbestimmten Sichtweisen, Bewertung und Einstellung. Kleiner Impuls. Das geht allerdings nur, wenn du das jeden Tag machst, ehrlich zu dir bist und auch weißt, woher die Gedanken kommen. Und dazu gebe ich dir später ein wirklich, wirklich gutes Tool mit auf dem Weg, das ich auch in den Shownotes nochmal darlegen werde. So viele Menschen, die ihre Sichtweise auf die Welt eine andere Bewertung anlegen wollen, ja, die nehmen sogenannte Beschleuniger. Das sind dann zum Beispiel Drogen oder Psychopharmaka. Damit geht es auch, also jeder, der von, also ich kann das vielleicht schon aus meiner Vergangenheit, vielleicht will ich gar nicht näher drauf eingehen. Also jeder, der sich mal ordentlich betrunken hat, weiß, wie schnell seine Denkart sich verändert hat. Ja, und das ist leider auch das Problem damit. Es macht die Sachen des Umdenkens so schön einfach als ein Um- und Neulernprozess. Da ergreifen viele Menschen zu dieser Möglichkeit, reden sich die schlimmen Nebenwirkungen schön und erreichen langfristig dadurch gar nichts. Ich will hier nicht den Sinn von Psychopharmaka in die Abrede stellen. Wenn sie zur Heilung von emotionalen Erkrankungen eingesetzt werden, sind sie ganz häufig sogar nötig. Denn zum Beispiel bei Panikattacken ist das eigene Erregungsniveau viel zu hoch oder bei einer Depression viel zu niedrig. Die Gedanken sind dann zu sehr auf Gefahr oder Sinn und Hoffnungslosigkeit fixiert, sodass so ein gezieltes Lernen kaum möglich ist. Wenn es dir öfter so geht, rate ich dir dringend dazu, zu einem Arzt zu gehen, denn das ist mehr als ungesund. Ja, zusätzlich zu diesen Beschleunigern, ja, zusätzlich gibt es ja auch noch unseren Körper. Ja, der hat nämlich eine ganz eigene Chemiefabrik. Ja, er produziert chemische Stoffe, um unsere Gefühle zu steuern. Ja, wie Adrenalin, Neuadrenalin, Hormone, Neurotransmitter und so weiter und so fort. Ja, du kannst also die Liste etwas weiter vorführen. Und du kannst übrigens deine Chemiefabrik ganz wunderbar lenken, ja. Wenn du also keine seelische Erkrankung hast, sondern wenn du, ja, das Thema gesund, also wenn du keine seelische Erkrankung hast, lassen wir es einfach so. Also wenn es dir mal nicht gut geht, dann stell dich doch mal vor den Spiegel und lächle oder grinse dich eine Minute an. Und du wirst über den Effekt sehr erstaunt sein. Allerdings unser Körper ein komplexes und kompliziertes System. Deswegen gibt es Ärzte, ja, die haben nämlich das ganze Ding studiert. Und dein Körper, der funktioniert wie ein Uhrwerk. Ja, und wenn ein Rädchen verändert wird, dann kann das ganze System aus seiner Balance geraten. Daher sind Medikamente und Drogen eben ein bequemer, aber kein guter Weg. Liste doch einfach mal, habe ich letztens zum Spaß gemacht, einfach mal den Beipackzettel von einer einfachen Kopfschmerztablette. Besonders den Teil mit den Nebenwirkungen. Und dann siehst du, wie komplex dein Körper ist. Das hat nichts damit zu tun, dass das Mittel so blöd ist, sondern das hat damit was zu tun, dass dein Körper oder unser aller Körper sehr komplex ist. Oder beobachte doch mal deine körperlichen Reaktionen auf Stress. Dann weißt du, wie schnell dein Körper, dieses komplexe System, aus der Bahn geworfen werden kann. Daher waren ja viele Coaches und Ärzte auch davor, dass Stress krank macht. Und das tue ich hiermit auch, ja, Stress ist, wenn er lange anhält für dich, dein Leben und deine Kraft, um deine Ziele zu erreichen, eher kontraproduktiv. Und damit ich dich jetzt vielleicht sogar noch mehr verwirre, weil es ja super komplex ist mit der Gefühlswelt, ja, setze ich noch einen drauf. Wir haben nämlich noch angeborene Reaktionen. Ja, zum Beispiel Angst- und Fluchtreaktionen. Ohne, dass wir da vorher wirklich echte Erfahrungen gesammelt haben. Ja, wir empfinden Furcht vor bestimmten Tieren, Abgründen oder sogar Dunkelheit und wollen uns nicht gerne die Haut durchlöchern oder haben spontan Ekel, wenn es nach Verwesung riecht. Das sind pure Überlebensinstinkte und Gefühle, die uns, ja, unser Leben lang und damals, als unsere ersten Vorfahren von den Bäumen gekochen sind und auch noch auf den Bäumen waren, tatsächlich das Überleben gesichert haben. Und das wirklich Spannende an diesen Überlebensinstinkten ist, du kannst sie tatsächlich durch Um- und Neulernen auch verändern. Wenn du also dich aus deinem Gefühlssumpf rausziehen willst, solltest du dein Ziel so definieren, dass du alle negativen Gefühle abbaust, die du unnötigerweise aufgrund von unsinnigen und unrealistischen Normen, Annahmen und Bewertungen fabrizierst. Das sind zum Teil auch, ja, gebe ich zu, auch Therapieansätze für Menschen, die unter Angststörungen leiden. Und die nötigen Gefühle, also deine nötigen Gefühle sollst du natürlich da nicht verändern. Die solltest du bitte beibehalten. Also nötige Gefühle wie Trauer bei Verlust oder Unzufriedenheit in bestimmten Situationen oder Angst in echten Gefahrsituationen, die sind ja wichtig. Die brauchst du ja nicht abtrainieren. Ja, die sind ja für uns alle ganz wichtig, damit wir auch zu unserer Intuition wiederfinden. Damit du also deine unsinnigen Gefühle, Gedanken und Bewertungen verändern kannst, solltest du sie vorher identifizieren. Ganz klar, wenn ich was nicht sehe, kann ich es nicht verändern. Und da bedienen wir uns eines starken und alltagstauglichen Instruments. Und erfunden hat das der amerikanische Psychotherapeut Albert Ellis. Und es heißt, jetzt kommt das Tool, das ABC-Modell der Gefühle. Damit kannst du Situationen, Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen beschreiben, aufspüren und bei dir diagnostizieren. Noch ein kleiner Impuls am Rande. Übrigens nicht nur deine. Das kann man ganz wunderbar in Konfliktsituationen einsetzen, wenn man denn dann will. Liebe HR-Abteilung, liebe Unternehmen. Einfach nur mal so am Rande. So, also ABC. Wofür steht das A? Das A steht für Ausgangssituation. B für die Bewertung von A. Und C, deine Gefühls- und Verhaltenskonsequenz aus B. Das hört sich erstmal total kompliziert an. Deswegen schreibe ich das später auch nochmal, habe ich am Anfang ja schon gesagt, in die Shownotes rein. Also, dabei, wenn wir jetzt von A reden, dabei bestimmt die Ausgangssituation A nicht, wie du dich fühlst oder verhältst, sondern nur deine Bewertung der Situation. Der Schlüssel in diesem Modell ist, wenn du unter einem Gefühl leidest, kannst du dieses beenden, indem du deine Bewertung änderst, auf Hinblick der Tatsache, die dazu geführt hat. Also, deine Bewertung von A. Das ist der Schlüssel. Kurz, deine Gedanken, deine Bewertung werden zu deiner Wirklichkeit. Ja, wer meinen Podcast hört, weiß, das habe ich schon mal erwähnt. Damit du also deine Bewertung änderst, musst du ja, ja, du musst, dir erstmal was bewusst machen. Was hast du wahrgenommen? Was hast du gesehen, gehört, berührt, gerochen oder geschmeckt? Und umso achtsamer du dich und dein Leben behandelst, beobachtest oder es lebst, desto besser wird deine Beobachtungsgabe. Also, damit du A gut beschreiben kannst und das wirklich gut beschreiben kannst, können nämlich ganz wenige Menschen, weil sie direkt in die Beschreibung gleich ihre Bewertung mit reinsetzen, ist es ganz wichtig, dass du A bewertungsfrei beschreibst. Also, deine Ausgangssituation, ja, das, was für dich erstmal der Auslöser war, warum du bewertest und warum du hinterher gehandelt hast. Also, geht ganz einfach, stell dir zwei Fragen, ja. Was geschieht gerade zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Gedanken oder dieses Gefühl bei mir entdeckte? Ja, das ist Nummer eins. Also, was war denn da gerade? Und was kann jeder Mensch ohne Vorwissen in dieser Situation wahrnehmen und beschreiben? Das wiederum bedeutet, da wir alle ja nicht deine Gedanken lesen können, und du meine Gott sei Dank auch nicht, sind alle deine Gedanken und Bewertungen, die die Situation beschreiben, gerade eben sinnlos, sondern einfach nur eine beobachtende Beschreibung, ist ganz wichtig. Daher versuch, so sachlich wie möglich die Situation zu beschreiben, ja, indem du starke Gefühlsreaktionen verspürt hast. Und das ist natürlich eine Sache des Trainings. Du darfst trainieren, indem du einfach mal beobachten lernst. So, jetzt zu deiner Bewertung B. B enthält alle bewussten und unbewussten Gedanken zu dem Zeitpunkt von A. Dazu gehören deine Erinnerungen, Schlussfolgerungen, Träume, deine Moralvorstellungen, Spekulationen und Bewertungen. Beantworte bei B doch mal folgende Fragen. Wie sehe ich persönlich die Situation A mit meinem Vorwissen, meinen Normen und meinen Voralvorstellungen? Zweitens, welche Schlussfolgerungen ziehe ich da aus? Welche Konsequenzen vermute ich für mich? Und drei, wie finde ich das? Das hört sich jetzt alles, weil ich ganz viel rede darüber, so unheimlich kompliziert an. Dann ist es gar nicht, wenn du dir nochmal in den Shownotes die Sachen dann gleich anguckst. Was ich da geschrieben habe, wird dir das vielleicht auch schneller klar. Hab bitte ein bisschen Verständnis. Erzählen und beschreiben dauert manchmal ein bisschen länger. Und heute ist es halt kein Impuls, sondern ich stelle dir ein Tool vor. Und damit wir da auch zu einem Ende kommen, reden wir mal über C. Und C ist ja deine Gefühls- und Verhaltenskonsequenz. Wie hast du dich damals verhalten, als A aufgetreten ist? Und frag dich doch mal zwei Fragen. Welche Gefühle habe ich nach meiner Bewertung der Situation? Spüre ich körperliche Begleiterscheinungen? Und was genau tue ich daraufhin? Und zu ganz guter Letzt frag dich doch einmal, wie möchte ich mich in Zukunft verhalten? Wie sollte daraufhin in Zukunft meine Bewertung von A sein, damit ich mich besser fühle? Also es ist immer ganz wichtig, dass du dir ein Ziel setzt, dass du sagst, okay, wie möchte ich mich verhalten? Wie möchte ich sein? Ich habe ja auch schon mal in dem Podcast gesagt, schreib doch mal auf, wie deine perfekte Welt aussieht. Wie sieht dein perfektes Leben aus? Und da gehört natürlich auch hin, wie sehen meine Gedanken aus? Also meine perfekten Gedanken, was will ich von mir denken? Okay? So, und da wird dir dieses Modell sehr bei helfen. Ich wünsche dir, nachdem ich jetzt, wow, 15 Minuten, nachdem ich dir jetzt 15 Minuten das Modell mal vorgestellt habe und dir auch mal gesagt habe, so ein bisschen theoretisches Wissen über Gefühle brauchen wir, um das Ganze zu verstehen. Ja, ich wünsche dir, nachdem ich so viel gequatscht habe, viel Erfolg beim Umbewerten und Besserfühlen in der Zukunft. Und mit diesem wirklich einfachen Tool kannst du dich aus jedem Gefühlssumpf selber herausziehen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Heute ist Freitag, wenn der Podcast rauskommt. Oder ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag mit guten Gefühlen, wenn du ihn hörst. Und sage, bis dann. Der Jan. Der Jan. Der Jan. Der Jan. Vielen Dank.